Back in der neue Runde, Black Black. Start all systems. Systems running, systems running. Nice, let's get it on. So, wir waren da. Und wir mussten erst mal warten, dass der sein Rausch ausschlägt. Aber da es noch Nacht ist, wird er noch breit sein. Aber vielleicht müssen wir uns mit dem Bruder unterhalten. Oh, das ist noch nicht so. Schade, Dunkel. Da sieht man gar nichts. Oh. 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 Ah, da sind die Körkartei. Aufpassen, wo der hinter ist. Irgendwas gibt's da. Also Körkartei, gut, dass man abkauft. Sehen die mich? Ne, ne? Aber, wenn man die jetzt einfach dazu ungesehen hat. Hm. Hm. Oh, das ist ja, wunderbar. Ja. Und jetzt? Ja. Ja. sobald ich den mal aufgespürt hat hier sehr wascht dann kann man erst aber da scheint nur ein 2 zu sein das kriegt man nicht ich kann es nicht Nope! Den geht nicht. Ich habe den. Den war immer noch nicht. Krokos? Viele Krokos. Wir wollen Krokos. Das ist ein ganz schön großes Gebiet. Wo er sein könnte. Stimmt ja. Aber gut. Den Kisten. Der Verspann. Oh, der Temp. Da ist er. Danke. Bist du schon so gut wie down. Verräter! Ihr müsst es ja wissen. Der dritte Meinungsverstärker hat gewirkt. Ying Lang, so wahr ich hier stehe. Ich hab ihn für euch abgeraten! Ihr Verräter! Ich werde nicht das selber erleiden! Hey, guten Morgen! André Ray! Stop it? Ja. Bis heute wahrscheinlich ein bisschen eher aufgestanden ist. Toll, das müsste so sein. Uh, nicht ins Wasser! War aber gut. Das ist wahrscheinlich... Maum, Telefon. Das bedeutet... Habe ich nicht checked. Stop you! I'll earn your guts! Zeit. Ich muss da grad einen Kill ausführen. Und, äh, Shanty rennt. Lauf halt weiter. Und, äh... Und, äh... Und, äh... Und, äh... Und, äh... Ich war zu arrogant. Wie bitte? Ja. Ich stell die Hechte bei der Hälften. Mein Ehemann hat sie. Euer Ehemann? Ein besserer Mann als diese Narren. Ehh... 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 ... Müschen komplett itt. Might just click the post. Gibt's noch was zum killen? Ja. Ehh... Ehh... G念's noch was zum killen? Ehh... G念's... G念'senc! Ehh... Schau zu dringend! Hör da aus! Ja, ne, ne, ne! Hör da aus! Ja, ne, ne, ne! Hier ist ja noch bis kurz nach 12 gestreamt worden. Das Ding hat uns. Wir wollen bloß schauen, wann die Playstation kommt. Dann werden wir das wahrscheinlich erst einmal Pause-Modus kriegen. Leider. Also, was heißt leider? Es gibt ja jede Menge guten Content, den man machen kann. Aber, das Spiel catcht uns schon. Wollen wir uns das Lager ausholen? Vorher geh mal aber. So. Der ist doch da ganz in der Nähe, der Händler. Schauen wir mal, dass unser Schiff leer ist. Ne, dass ihr ihr Lager ausbringt, darum kann es nicht tragen. Willkommen! Willkommen! Das war nicht so da. Allright! Gut da! Ja, wir haben einen kleinen Esel vor der Küste von... war mir glaube ich schon mal unten da haben wir den schlüssel mit dem typen aus sehen in einem heuhausen reingeschmissen dann haben wir nicht mehr konnten ob nicht er wieder da das ist immer richtig lieb da ist mit den noten das ist das mission das ist ja vorteilhaft hat hat er in meinem herren einfach neu weiter Ich habe einen Schuss, ein Bruder! Ich habe einen kleinen Fix auf ihn! Okay. Nein, ich habe einen Schuss. Ich habe einen Schuss. Hey. Ich habe einen Schuss. Ich habe einen Schuss. Ich habe einen Schuss. Low energy. Ich habe einen Schuss. Stop da, du! Ich habe einen Schuss. Ich habe einen Schuss. Ich habe einen Schuss. Ich muss doch ein wenig mehr im Sneaky Modus machen. Und vor allem bei Rauchbomben wäre nicht schlecht. Ich kann man nicht tun mehr. Also. Gut. Ich habe mal was gelernt. Die werden stärker. Ich habe einen Schuss. Nichts mehr einfach. Nein. Ich habe einen Schuss. Nein, ich habe einen Schuss. Okay, nach Häusern kommst du dann auch und das geht nicht. Dann kannst du das Pack ausbauen. Wenn du das einst, dann kannst du das einst, dass du das anst. Hallo, gute Leute, ich habe das anstatt. Meinen. Ahoy! Woher sind wir? Ich gebe Ihnen einen guten Tag, Sir Lagerhausen haben uns geräumt, freundlich, wie sie sind. Ich will's gar nicht. Wir müssen eigentlich unsere Main Mission. Gehen wir durch? Ja. Wir gehen nicht. Wir haben auch noch einiges zu machen, ne? Wo finde ich die Karte? Wir stellen hier, um das hier zu sein. Wir wollen hier ein bisschen näher mit der Karte genießen? Wir gehen hier an. Wir gehen hier an. Wir werden hier an. Wir gehen hier an. Wir gehen hier an. Schau mal, da drückt nix, das ist was aus innen auftritt. Das war unser Schiff, oder? Aber da gibt es eine Tonellreiseform. Das ist... Aua! Ja, oder? Ach! Ach! Aber den Vorsicht... Keppt mir mehr! Allererstes. 5, 5, dann apply the 15%. Alle erst noch eine Schiff, oder? Der ist eine Schiff. Ich hab noch einen Schiff. Alle, hier ist eine Schiff. Alle, hier ist eine Schiff. Alle, hier ist eine Schiff. Ja. Gut, dann sehen wir da, was da los ist, das war schon gar nicht schlimm. Da gibt es doch ein wenig was, ne? Gehen wir erstmal dahinter und holen uns ein paar Kisten, dann laschen was. Dann haben wir den Sassinenauftrag. Ja, legen wir los! Tun! Keine von denen machen wir los! Ja! 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 Da wünschte Aufmerksamkeit loswerden! Vorsicht! Ich glaub nicht, hab gar nichts angestellt! Warte, da ist doch der Heimnis! Zwei... ...läppische Wache! Ja, komm her! Das kriegen wir hin. Ja, nein, gut. Alles klar. Ah, jetzt wird er Bäume klettern, oder? Ja, gut. Alles klar. Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Nee. Na ja. Wenn wir mal Zeit und Motivation haben, lesen wir das mal. Das ist gerade nicht der Fall. Das kann der Boss lesen. Der von Abstergo. So nix zu tun. Aus dem Motivation. Okay. Okay. Sofa! Was hab ich Kopf? Gerne. Das ist sind alter Entscheidungen. Nein. Ich bin... Ich bin... Ich bin... Du hast es auch... Ich bin... Ich bin... Du hast es auch... Du hast es auch... Aaaaah, wenn du es... Der Joy. eins von nacht werden gescheitert das heißt ich muss in jeder taverne ist das schlägerei Kann ich spüren? Nein. Ich mag jetzt nicht, ich kann spüren. Nee. Oder scherz gerade. Wow. Jetzt. Jetzt. Waschabar. Gut. Fertig! Ah, ich muss zurück, mein Spiel muss mal alles. Ganz hinten. Naja, drei Mal müssen wir hinterlaufen. Naja, drei Mal. Naja, drei Mal. Gar nichts, was ich brauchen kann. Gut. Also, Killerauftrag. We're here. Ein Spanischer Expedition sollte einen verschallenden Artefakt vor der Gruppe zeigen, was jeder Templer muss sterben, bevor er das Artefakt findet. Ich bin dabei. Hier oder andere Insel? Andere Insel. Da gibt es auch eine Schatzkarte und zwei Animus-Fanke. Und ein Flaschenbrot. Und wo ist die Insel? Ein Nassau-Internet. Wo bin ich denn gegangen? Ja, okay. Halbes Segel, fangt etwas Wind ein! An die Stagen, wir holen dicht! Alle Segel, sie verdreht das! Hoch, Leute! An die Brahms-Segel! Ich bin dabei! Ich bin dabei! Ich bin dabei! Das war's gut. Dank Bord! Ja, eine Art Frachterster! Mars und Farbsegelbergen! Sieht Männer! Großsegelbergen! Mehr Segelmänner! Hoch die Banden! Na Wirtswald! Alle Segelreffen! Segel setzen! Bewegung! Alle Segelreffen! Bringt den Kahn zum Stillstand! Die Köpfen ist außen Bord! Ja, wir kommen ins Berge. Jetzt mal den doch gleich, ne? So, einmal da! Alter noch! Okay, komm! Geh mal etwa das hoch! Dann gab's hier rein! Wir wollen jetzt mal kurz nach Tiefgang! Na gut, ne? Ey, ich werde da! Hallo! Na gut, ne? No, no! Ja, ich werde da. No, no! Ja, ich werde das! Das ist gut, oder? Ich würde ihn schon killen, den Wolfgang. Nein. Más vale que este tesoro parta en el próximo barco a Sevilla o volveréis a la Habana a lado. Detenedlo, paradlo. No. No, no, no. No, no, no. Ración doble para el hombre que me traiga monedas y simple para el que encuentre tan detallado. No hay descanso. No hay descanso. No hay nada. Más vale que este tesoro parta en el próximo barco. No hay descanso. 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 No hay descanso-p apex? No hay descanso-p ganz ehrlich Es wird mir die Bäume, das sind immer so zwei. Bis du da die richtigen Asche-Sachen findest du? Voll nervig. Muss ich echt jetzt sagen. Ja! Quieto! Wieso? Ich denke doch! Ja, gut! Entschuldigung! Wir werden ihn! das ist eigentlich entschieden eigentlich kann das einen weg suchen natürlich den bringt kohle gar nichts ansonsten die lassen wir jetzt einfach mal nicht 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 Das war's nicht. Ich weiß nicht, ob ich die Bedeutung habe. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wenn wir die Brücke mitnehmen brauchen wir nämlich auch ein wenig mit Handentum Wack Bord! Diese treibende Beute wartet nur auf uns! Geht ihr mir die Zähne ausweißen? Nehmt ihr an aus dem Wind! Großmast! An die Fallleinen! Holt an! In die Wanden alle Segelraffen! Hauptsegel auf kein! Hauptsegel bergen! Feuer! Ein paar Treffer hier haben sie mich! Feuer! Bereit zum Feuern, Captain! Feuer! Wir haben ehrgeizig! Es ist eine Feuer! Spanier! Bereit zu feiern, Sir! Feuer! Na zum Entern auf dein Zeichen, Captain! Die Wind! Verbandelt sie in ein Wrack! Trägt die Hauptsegel in den Wind! Wo sind die verdammten Segel? Hauptsegel! Halbe Segel! Zieht sie in ihren Untergang! Donömt! Wenn sie zuемся sind! 是 die Flakke kommen nachлично! Schotten atom 30 an! Oh access sehe. Oh komm Tja kurtul vorne! Ja vertelt dies für mich! Was ist das denn? Keiner der Luft, setzt Fuß auf unsere Decks! Hindern Sie am Entern! Ihr werdet euer Tork sein! Ihr werdet euch keine Ahnung! Auf ihn! Ach, von dem? Nice! Wir werden alle zugrunde gehen! Aus? Ja, dann schon. Wollen wir auf Damage kommen? No. Also, Bekanntheitsplatz. Da war Metall dabei, das ist schon mal nice. Ich könnte gute Männer brauchen. Wir haben Waren erbeutet, mit denen du das Schiff aufrüsten kannst. Setz jeden Zoll Segel! Das war der Plan. Greff die Torb- und Bramsegel! Holt alles bis aufs Hauptsegelreffen! Aufgeil! Aufgeil! Alle Segelbergen habt ihr nicht gehört! Damit machen wir erst noch den Assassinenauftrag. Dann schauen wir mal, was ein Upgrades gibt. Da fehlt uns nur der Assassinenauftrag. Nice! Ein Sklavenhändler. Okay, bringen wir ihn. Bring'n wir down. Ein Sklavenhändler. Okay, bringen wir ihn. Da ist sogar der Schnellreisepunkt. Nice, oder? Jetzt kommt er! Die Schnellreisepunkt. Der ist ein Schnellreisepunkt. Der ist ein Schnellreisepunkt. Der ist ein Schnellreisepunkt. Der ist ein Schnellreisepunkt. Er steht Bedarf für ein Paar tüchtige Hände. Es steht Bedarf für ein Paar tüchtige Hände. sie direkt jetzt machen wir das hier das ist das Was ist das, oder? Ich muss mich von hier entfernen. Doppelteint. Wo? Was ist das? Fast! Wir werden ihn nicht verletzen! Oh, Mist. Der Segel ist da. Aber geht's nicht. Dreh dir. Lass mich dich erfechten. Also. Er kommt da, oder? Ich bin ein Schmerz. Ich bin ein Schmerz. Einen Aufmerksamkeits. Ich bin ein Schmerz. Ich bin ein Schmerz. Ich bin ein Schmerz. Der Käpt'n ist am Steuer. Öffnen und trimmen! Dann versenkt man halt den ganzen Schiff. 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 Wir sind zu nah dran, Käpt'n. Bring uns weg. Feuer! Hilf sie dort, Sir. Das wird sie versenken. Feuer! Einholen. Vorsegel. Einholen. Licht als Salzwasser. Feuer! Ja, ha, ha, ha. Auf dein Zeichen, Käpt'n. Feuer! Da ist die Durchschwachstelle. Feuer! Handel sie in ein Brat. Feuer! Ja, Käpt'n. Eine Seite genau da rein. Na! Das ist schon wieder. Ich... Ladies, hier kommt Jack und bringt seine Freunde mit. Feuer, auf die Miene! Sie feuern, Sir! Feuer, komm mal. Ach so, die anderen. Schick die Lumpen in die Tiefe, seht ihr in die Hölle, ja. Gegnerische Clouton. 15 Mann. Käpt'n Trevor, äh, dem hier. Mit dem Händen. Verdammt. Eine Rauchbombeherrmung. Wir brauchen eine Rauchbombeherrmung. Ja, Rauchbombeherrmung. Meine absolute Lieblingswache. Bleed! Bleed! Heute schlummern Sie bei den Fischen, Jungs! Ihr seid alle tote Männer! Ja, wartet, wenn wir den Weg dreht. Trink mir den. Ja, wie fühlt sich das an, ha? Ja! All right. Jeder, der das Schiff betritt, stirbt! Gleich schließe ich noch auf, wirst sehen! Hä? Halte das Deck, sauber! Hol's euch die Halunken! Sieben. Ach! Ha! Ha! Fest machen wir Marguel! Nicht zu sein! Na, faj confirming. Na, geht's daun! Da war der Köpfchen, oder? Ne? Aufhalten! Köpfchen daun! Geflut, ihr Lumpf! Das war doch gar nicht so schlecht zu mir! Bekanntheitsgrad? Kein Problem. Detektorreferien. So, das war Beute, das war Asassin, das war doch gar nicht schlecht. Gefechtsrollen! Wir haben Ärger in Sicht! Schoner! Die Flaggen sind Spanisch! Die sind allein, Sir! Pieren und Fahrt aufnehmen! Dagen festziehen in den Wind! Schick sie runter zu Davy, Jungs! Top! Und Schat, oder? Gebt den Befehl, Sir! Schicken wir sie in die Hölle! Sind so Lagerhäuser voll. Gibt's money. Dann kann man upgrades machen. Top! Bram! Marssegel! Setz auf! Bram! Marssegel! Setz auf! Bram und Marssegel! Fünf! Gleichgemacht! Drei! Drei! Vier! zwei! Neue! Drei! Vier! 1! 1! 5! 5! 6! Gut, jetzt mal schlecht die Lage auszuräumen und Upgrades. Ich liebe Upgrades. Da machen wir das, gleich da, irgendwo wo die nächste Miss-Viräume ist. Das? Hm, nö. Da wäre halt überall noch keine Schnellreise-Punkte. Doch, da gibt es auch ein Maya-Symbol und dann Assassinenauftrag. Das ist doch mal eine schöne Anlaufstelle. Das ist wieder mit dem Schwung. Das ist in der Stadt. Ich habe jetzt keinen Bock drauf, ich möchte in der Stadt gehen. Ich habe jetzt einen Nachos. Machen wir das? Ich wollte jetzt eigentlich in der Stadt. Kepp mit dem Bruder! Okay. 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 Wir gehen jetzt mal da hin. Dann können wir unser Schiff upgraden, den aber aus der Seenbeauftrag machen. Und dann schauen wir mal, dass wir den anderen offenen in der Kilne haben. Da war doch so ein Kriegsschiff, das wir ja klein gekriegt haben. Vielleicht kriegen wir den Stunt klein. Ich kann ihn helfen. Ich kann ihn helfen. doch wollen mit oben steht es gut kaufen warum geht es jetzt nicht und 30 Das ist ja klar. Ja, du hast es gekält, ne? Du hast es aus. Ich bin wieder auf. Du hast es gekält. Ja, gut. Ja, das ist das so. So. Was ist das? Was ist das? Einiges zu tun, oder? Lagerholz? Was ist das? 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 Kenway! Ihr sucht nach Ärger, schätze ich! Hm. Immer noch so Schammerz wie früher. Ach! Ach! Immer noch so aufdringlich wie ein Farunkel. Was wollt ihr von mir? Ich möchte euch warnen. Euer Leben ist in Gefahr. Welch helles Köpfchen ihr doch seid! Wie kam es zu diesem geistes Blitz? Oh! Eine Rache vom Kopf! Womöglich habe ich einem dieser Templer-Knaben, die ihr so gern habt. Ein sehr sensibles Dokument überlassen. Herzlichen Glückwunsch! Eure Mission war erfolgreich! Kann ich es wieder gut machen? Seid ihr nüchtern genug für eine Zielgebung? Was tut man nicht für eine Lady? Was? Helft mir gegen diese Männer! Also. Kriegen wir daun. Um den kümmere ich mich! Na, probier mal. Komm her! Getroffen! Ich hab mehr als genug Pulver, um sie auszuschalten! Mach mit halt! Warum bringt ihr kein Pulverfass zur Explosion? Bring dein Pulverfass dort hinüb! Sie kommen von hinten! Sprengt ein Fass! Im Pulverfass Nolan erinnert! Ein Pulverfass 50cm! Also, um sie zu viel gelingen! Um Kings League zu sonstigen! Überrascht sie! Mit einem Pulverfass! Nehmt einen Fass! Jetzt wird ein Licht. Um den kümmere ich mich! Schießt auf das Pulverfass! Hat das gut funktioniert? Kein Neu-Scopping! Du bist am Ende! Triff hier in deinen Fass! Warum bringt ihr keinen Pulverfass zur Explosion? Wieso? 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 Zersplann coefficients Wieso? Zersplannenweiser Zersplannenweiser Funktioniert! Meist hat funktioniert! 3-1-Nept! Ich muss nur schmecken! Wieso. Ender? hoch die wappen Und? Ist das euer neues Ich? Sir Edward von Havanna rettet eine Maid in Not. Passt es denn zu mir, Fräulein? Mir geht's ums Geld. Besser als eure alte Persönlichkeit. Für wahr, Edward, warum seid ihr hier? Tja, da ist ein Schlüssel. Vermutlich in der Tasche eures Templer-Verehrers. Ich brauche ihn. Wirklich? Und warum behalte ich ihn nicht einfach selbst? Rona, ich weiß, dass ihr gern Männerstiefel tragt, doch was dieser Schlüssel öffnet, passt euch nicht. Ich sag euch was. Fällt mir eine Aufgabe ein, die die Hilfe eines besonders einfältigen Kerls erfordert? Lass ich euch rufen. Mission complete. Mission start. Habt ihr über mein Angebot nachgedacht, Rona? Ja, da ich unpässlich bin und da mein Pflichtgefühl stärker wiegt als mein Stolz, gibt es da ein Problem, das ihr untersuchen könntet. Fahrt fort. Und ich sagte, untersucht ein Problem, nicht schafft eines. Ja, Mama. Worum geht es? Eine Häufung von Raub und Missgunst. Es kann kein Zufall sein, dass dies gleichzeitig mit den anderen Angriffen begann. Seht, was ihr in der Nähe des Marktes herausfindet. Ein aufdringliches Verrunkel wie ich? Seid ihr sicher? Ich enttäusche euch nicht. Es dürfte schwer sein, noch enttäuschter zu werden als jetzt. Gut. Mission. Den Markt untersuchen. Jetzt verausweinen können. Der darf nicht. Hallo, Maria! Hallo, Maria! Oh, 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 Maria! also außen und nett mitten durch die Die Wache läuft dahin, denn... Die Wache läuft! Un momento! Y si está escondido! Tiene el enbreo! Me uní al ejército por su uniforme, no para usar un mochete Y si! Un momento! Un momento! Un momento! linke dios mio Oh, Gott. Oh, Gott. Es super. ¿Está loco o bebier? Es freck. Es freck. ...dónde están tus amigos? Entrégame al asesino. No te lo volveré a preguntar. Responde. O perderás la lengua. Traeme al asesino. ¿Quieres que te lleve a la prisión del gobernador? ¡Eso es lo que quieres! ¿Está bien? Quieto ahí. ¡Pumper! ¿Pumper? ¿Pumper? in der jetzt schon wieder weg abspringen enthalten ich krieg dir niemand ich krieg dich schon ich kann nicht an der Frau rum TOTEM KÖNIGSFELL das ist schnell schnell genug FELL NARANDER NACHT 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 mehr NACHT vor dem die zent der gut nehmen zurück zu assassinen ganze stadt . 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 Untertitelung des ZDF, 2020 mission start was habt ihr erfahren ich habe einen taschendieb erwischt er hatte eine karte irgendwas mit lagerhäusern und schwarzpulver ich habe auch nachgeforscht eines ist offenbar dieser templar schuft leite die ganze operation hillary flint der name stand auch auf der karte mit taschendieben finanziert er ein wettrüsten gegen mich und er gewinnt vermutlich ja doch mit der karte können wir seine waffenlager zerstören worauf wachten wir magst du eine delinette mache ich nicht das ist nicht es nicht 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 Oh ja! Oh, da bin ich zurück. Geht's an. Pulverreserven entbranzen. Eine Kugelnäure. Oh, die Kugelnäure. Oh, die Kugelnäure. Okay. Ach, so was machen wir noch mal. Aua. Fett auf. Warte mit einmal, Gott. Warte mit einmal, Gott. Warte mit einmal, Gott. Warte, Mann. Warte mit einmal, Gott. Warte mit einmal. Warte mit. Das generieren wir hier recht schnell. Und das sind die Reserven. Ne, die sind auf der anderen Seite. Na jetzt, was sollst nicht noch? Zieh mich wieder ein. Ja, ich komme. Warte mal nicht runter. Ich will schon googeln. Warte nicht. Schießt doch schon wieder ein. Warte, bitte. Kriegst du das hin? Ich warte hier. Er kriegt das hin schon. Trauriger. Warte nicht. Aber der da draußen. Wo ist denn der? Wo ist der scheiß Schütze? Ja. Ja. Te vas a perder! Au. Ist der voll an. Neckbreaker. Definitiv. Jetzt, wo sind diese Pulverreserven? Die müssen da unten sein. Da, oder? Da steht mir jetzt schon wieder. Die müssen da unten sein. 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 Keine Rauch. Das ist Mist. Aber die sind doch da. Einen Meter. Sind das sieben Meter? Nö, ein Meter. Das ist die andere Seite der Wand. Der will nicht. Der will nicht mehr. Rune. Er war mein. Er war mein. Ernst, ich hab ihn. Das war's. Er war's. Oh, nein! Einfach nur, weil ich es kann. Nur Rauchbomben. Nein. Die Nuts. Wo? Ja, da drüben. Ja, nein. Ah. Schützen, gell? Na traurig. Aber ich fahr vielleicht nicht auf einer Fländer, gell? Ja. 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 Na gut. Überzeugungskraft. Aber da ist der Wappelladen. Machen wir deshalb die gute alte Art und Weise. Wie sind die ich? Ja. 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 Danke! Geh mit Gott! Was? Ich habe ihn nicht mehr. Ich habe ihn nicht mehr. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020